Ein Thema, was mir dabei besonders am Herzen liegt, wird natürlich weiter die Digitalisierung sein, denn gerade da kommt es auf Geschwindigkeit an, aber auch die anderen für die Union wichtigen Themen wie die Familienpolitik und die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, dass wir die schnell hinbekommen. Daran möchte ich gerne arbeiten.